So, einen wunderschönen guten Tag. Heute ist das Freitag, der 21.04.2023. Ja, die letzten zwei Wochen waren wir zu Hause. Wir haben am Ostermontag unsere Reise abgebrochen. Das lag daran, dass wir am Ostermontag ein Problem mit unserer Toilette hatten. Aber das ist ein ganz, ganz blöder Fehler. Ja, und es war so, dass uns der Urinbehälter übergelaufen war. Ja, und das gab dann so eine Stresssituation. In dieser Stresssituation habe ich aus Versehen diese ganze Befestigung von diesem Urintank Richtung Klo weggeschüttet in diese Kloentleerung. Naja, auf jeden Fall waren wir dann beide genervt und haben gesagt, okay, so macht es irgendwie keinen Spaß. Wir fahren nochmal nach Hause und haben genug zu tun und setzen die Reise dann ein anderes Mal fort. Ja, das war so der Hintergrund. Den Film bis dahin, also bis zu Südeifel, werde ich auf jeden Fall noch veröffentlichen und da auch nochmal ein kleines Statement machen. Ja, wir hatten schon mal so eine Situation, das war in Erlinghausen. In Erlinghausen war es so, dass wir, ja, dachten, man dürfe die Dusche nicht benutzen. Aber es wurde halt in einem Fall notwendig, das hatte dann auch zu so einer Stressreaktion geführt, wo wir auch schon mal die Reise abgebrochen haben. Das soll eigentlich nur zeigen oder soll er euch nur den Tipp geben oder dir nur den Tipp geben, dass man bei diesen Reisen halt auch, sagen wir, in sich reinhören muss. Und es geht schon darum, auch eine gewisse Toleranz zu entwickeln und das gilt generell. Also es gibt da nicht irgendwie eine Seite oder die andere Seite, auch nicht gut und böse. Aber diese Toleranz, die muss man tatsächlich üben, die ist nicht von alleine da. Ja, und daran arbeiten wir halt auch, ja, weil wenn man das jetzt vergleicht, hätten wir die Reise weitergemacht und irgendwie improvisiert, wäre das bestimmt viel schöner gewesen, als nach Hause zu fahren. Auf der anderen Seite hatten wir so die Möglichkeit, viel von diesem ganzen Bürokratiekram zu erledigen, was wir auch ziemlich erfolgreich jetzt geschafft haben. Und wir bleiben da auch dran, ja, weil je mehr wir davon erledigt haben, desto freier sind wir bei unseren Reisen. Ja, das nur zwischendurch. Ich stelle dieses unter dies und das ein, nur damit du dich nicht wunderst. Das wird's, was du von uns nichts hörst, falls du Interesse an unseren Videos hast. Auf jeden Fall wünsche ich dir heute auch noch einen wunderschönen Tag. Ich bleibe auch bei den Yoga-Übungen dran und ich setze auch die Reihe mit den einzelnen Übungen fort. Bis dann. Tschüss.